Die Zahl der weltweit gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist in der vergangenen Woche um 16 Prozent auf 2,7 Millionen zurückgegangen. Auch die Zahl der gemeldeten Todesfälle ging binnen einer Woche zurück und zwar um 10 Prozent auf 81.000, teilt die Weltgesundheitsorganisation am Dienstagabend in Genf auf Grundlage der Zahlen vom Sonntag mit. In fünf von sechs WHO-Regionen ist ein zweistelliger prozentualer Rückgang neuer Corona-Fälle registriert worden. Nur im östlichen Mittelmeerraum hat es einen Anstieg um 7 Prozent gegeben. In Afrika und im Westpazifik sind die Fallzahlen in der vergangenen Woche um 20 Prozent zurückgegangen, in Europa um 18 Prozent, in Nord- und Südamerika um 16 und in Südostasien um 13 Prozent. Nach Angaben von WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ging die Zahl der Neuinfektionen die fünfte Woche in Folge zurück. In der ersten Jännerwoche, ab dem 4. Jänner, hat es noch mehr als fünf Millionen Neuinfektionen gegeben und damit fast doppelt so viele wie vergangene Woche. Das zeigt, dass einfache öffentliche Gesundheitsmaßnahmen wirken, sogar wenn es Varianten gibt, sagt Tedros. Nun kommen wir es darauf an, wie wir auf diesen Trend reagieren. Das Feuer ist nicht aus, aber wir haben seine Größe verringert. Wenn wir es an irgendeiner Front nicht mehr bekämpfen, wird es mit Getöse zurückkehren. Die zuerst in Großbritannien entdeckte Virusvariante ist laut WHO bis Montag in 94 Ländern entdeckt worden. Das sind acht Länder mehr als in der Vorwoche. Die zunächst in Südafrika beobachtete Mutante ist in 46 Ländern nachgewiesen worden, zwei mehr als zuvor. Die sogenannte brasilianische Variante ist in 21 Ländern entdeckt worden.